So, wie danke ich dir, der Beklubsteteil. Lieber Freund, hier ist Pavel Popolski und ich darf sagen, ich bin bei der Hurtspreis mit dabei. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist. Am 25. Januar ist es endlich soweit. Hallo, Herbert Knebel hier. Am 25.01. wird der Recklinghausener Hurts verliehen und ich kriege den Ehrenhurts. Der Hurts 2020 wird verliehen. Jedoch dieses Jahr nicht wie gewohnt im Festspielhaus Recklinghausen, sondern in einem Filmstudio als Livestream-Event. Mit prominenten Gästen, einem ausgeklügelten Showprogramm und einer Live-Abstimmung, wer den diesjährigen kleinen Hurts mit nach Hause nimmt. Nicht verpassen, hier bleibt kein Auge trocken. Üh, 50. Uh, tot. Was denn? Was dachten Sie, was ich mache? Politisches Kabarett oder was? Seid dabei am 25. Januar 19.30 Uhr live und in Farbe auf YouTube, Facebook, Vimeo und www.live.derhurts.de Hurts!